Da ist mir klar geworden, was so dahinter steckt hinter diesem Wort Sehnsucht. Für mich ist das einfach eine Emotion. Es ist etwas Wunderschönes, wenn wir eine Sehnsucht haben. Wer ist gerade ohne seinen Partner, seine Partnerin hier und hat schon Sehnsucht? Wenn nicht, dann sollten Sie daran arbeiten. Also Sehnsucht ist nichts Schlimmes, Sehnsucht ist nichts Geheimnisvolles. Sehnsucht ist dieses tiefe Gefühl, vielleicht kennen Sie das, ist so hier hinterm Brustbein, wenn man so das Gefühl hat, wow, da muss noch irgendwas kommen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Das ist übrigens der Grund, warum 99 Prozent meiner Kunden ins Coaching kommen. Weil die haben dieses Gefühl, da muss noch was passieren. Natürlich sind die meisten Coaching-Kunden zwischen Ende 30, Ende 40, weil das ist meistens das Alter, wo man bewiesen hat, was man kann, erlebt hat, was man erleben wollte, gezeigt hat, was so in einem steckt, erreicht hat, was man erreichen wollte. Und plötzlich kommt dieses kleine, nagende Gefühl, wow. Und ich möchte Ihnen ein paar Impulse, ein paar Ideen, ein bisschen Inspiration geben, wie Sie Ihre Träume, wenn es Träume sind, oder viel profaner, wie Sie Ihre Ziele noch besser erreichen können. Ich hatte mal einen Traum, das ist viele Jahre her, ich glaube fast 20 Jahre, ich wollte immer mal auf den Opernball. Haben Sie mal gesehen? Wien, Opernball, vielleicht mal im Fernsehen geschaut, so Pikulöchen dabei getrunken, gesehen die Debutanten mit den Krönchen, mit diesen hübschen jungen Männern an ihrer Seite, schreiten da durch die Oper. Und irgendwann heißt es, alles Walzer. Dann dürfen alle Gäste mittanzen. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich einmal bei alles Walzer mich da über dieses Parkett schwinge. Nun gab es eine Menge Aber in meinem Leben. Erste Aber war, du hast ja gar kein Kleid. Also vor 20 Jahren gab es noch kein Nawabi und was man heute so im Internet hat, wo man mal schnell auch Kleider in größeren Größen bestellen kann, es gab keine Abendkleider in meiner Größe. Dann kann ich ja nicht auf den Opernball. Das Zweite Aber, haben mir Freunde eingeredet, du, da gibt es gar keine Karten, muss dich gar nicht bemühen, gibt es eh keine Karten. Kann ich nicht auf den Opernball. Das Dritte Aber war, wenn es Karten gibt, sind die so teuer, die kann man sich eh nicht leisten. Und das Glas Champagner kostet 35 Euro. 35 Euro ein Glas Champagner, das reicht ja auch nicht für die ganze Nacht. Also geht ja doch nicht. Und das Vierte Aber war mein damaliger Mann. Ich glaube, der wäre lieber ins Dschungelcamp gegangen, als mit mir auf den Opernball zu fahren, zu den Frackträgern, den österreichischen. Also es ging ja nicht. Boah. Einige Jahre später, so fünf, sechs, sieben Jahre später, fiel mir plötzlich auf, die Aber waren gar nicht mehr da. Ich hatte inzwischen ein Abendkleid. Es gab eine tolle Designerin in Regensburg, die mir meine Auftrittskleider und Jacken genäht hat, die hat mir ein Abendkleid genäht. Das Zweite Aber war weg. Ich hatte nämlich Geschäftspartner in Wien, die sagten, wir können Ihnen Karten besorgen, ist kein Problem. Das Dritte Aber war weg. Erstens waren sie nicht so teuer, zweitens muss man gar nicht den ganzen Abend Champagner trinken. Man braucht doch keine Loge. Man kann einfach da rumlaufen, sich irgendwo hinsetzen oder in den Keller gehen und dort gibt es Bierbars und das ging alles ganz gut. Okay. Und das letzte Aber war auch weg. Manchmal muss man einfach ein bisschen abwarten können. Und dieses Hindernis war verschwunden. Also mein Mann war nicht mehr da, für die, die es noch nicht verstanden hatten. Jetzt habe ich einen ganz lieben Freund gehabt damals, also einen platonischen Freund und ich sagte zu dem, ich möchte so gern auf den Opernball, gehst du mit mir auf den Opernball? Er sagte, klar. Ging in München zu einem Faschingsverleih, holte sich so ein Frack, ich mein tolles Abendkleid und wir fuhren nach Wien auf den Opernball. Es war der Hammer. Es war so toll. Neben mir tanzte Ralf Siegel. Der Herr Mörtel oben in seiner Loge hatte irgendeine verkrachte Hollywood-Diva dabei. Es war auch spannend. Und wir haben bei alles Walzer getanzt. Also was man so tanzen nennt, wenn 7000 Menschen versuchen, sich zu drehen. Aber ich habe mich mitgedreht. Wir haben getanzt bis morgens um 5. Und als wir ins Hotel zurückkamen und ich die Schuhe ausgezogen habe, hatte ich das Gefühl, als wenn jemand die ganze Nacht mit einem Hammer auf jede einzelne Zehe gehauen hätte. Die Damen verstehen, glaube ich, was ich meine. So weh haben die getan. Aber es war ein schöner Schmerz. Es war so ein satter, wunderbarer Schmerz. Und er hört ja auch wieder auf, wie wir wissen. So, was habe ich daraus gelernt? Der Opernballtraum, alles Walzer, wäre fast an den ganzen Aber gescheitert. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Menschen nicht das tun, was sie gerne möchten, weil sie so viele Aber im Kopf haben. Aber das geht ja sowieso nicht. Aber die lassen mich ja nicht. Aber ich kann das ja eh nicht. Ach, wir alle sagen ja oft, kennen Sie diese Bedenkenträger, die ihnen immer erklären, warum etwas nicht geht? Du sagst irgendwie, ja, wir wollen irgendwie uns vergrößern. Dann sag ich, was? In diesen Zeiten. Wenn ich dies in diesen Zeiten noch mal höre, kotze ich. Ich sag's euch. Ich kann das nicht mehr hören. In diesen Zeiten. Meine Großmutter, die fast 100 geworden ist, die ist im Kaiserreich aufgewachsen. Die hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Sie hat die Wirtschaftskrise mitgemacht. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Sie war auf dem Track aus Schlesien nach Niedersachsen. Musste dort beim Bauern Kartoffeln irgendwie glauben. Das waren Zeiten. Aber wir tun immer so, als würde es uns so wahnsinnig schlecht gehen. Ich habe neulich einen Satz gehört, der hat mir gut gefallen. Keine Angst vor der Zukunft. Zukunft gab es immer schon. Eigentlich ganz klug, oder? Und diese blöden Abers. Nicht, dass ich nicht ABER wichtig fände. Also im Coaching zum Beispiel, wenn jemand sagt, aber das geht ja nicht, weil, lasse ich alle ABERs aufschreiben. Und dann gucken wir uns jedes Einzelne an. Und ich frage bei fast jedem ABER, glauben Sie das, dass es so ist? Oder wissen Sie das? Und meistens kommt, ich glaube, dass es so ist. Und dann kommt immer der blöde Coach und sagt, wann werden Sie wissen, ob das stimmt? Wenn ich es getan habe? Ja, genau so ist es. Wer von Ihnen würde gerne mal ein Buch schreiben? Jetzt habt ihr die Chance aufzuzeigen. Wer weiß, was sich daraus ergibt? Und mal sagen die meisten Menschen, ich würde auch so gern so ein Buch schreiben, aber ich weiß ja nicht, ob ich das kann. Dann sage ich immer, wann werden Sie das wissen? Wenn ich es getan habe. Vielleicht fangen Sie mal mit einem Kapitelchen an. Muss ja nicht gleich ein Buch sein, mit 200, 300 Seiten. Schreiben Sie mal einen Artikel zu irgendeiner Sache. Wie wäre es mit einem Blog? Man muss nicht immer gleich ein Buch schreiben. Ich finde, viele Bäume sterben einen schrecklichen Tod für Bücher. Viele Bücher. Und denken, muss nicht, da muss nicht jeder ein Buch schreiben. Und einige meiner Bücher gehören vielleicht auch dazu. Ganz selbstkritisch kann man das hinterher sagen. Man hat besser erzogene Kinder und ein bisschen schlechter geratene. Aber diese Aber, die hindern uns überhaupt, es zu tun. Und deswegen, wenn Sie so Aber im Kopf haben, klopfen Sie sie ab. Ich habe zu Hause so einen kleinen Aberbesen. Kein Hetzenbesen. Das ist so ein Sengartenbesen. Da habe ich immer Geschenke gekriegt. Ich kenne dir so ein Rechen eigentlich eher. Und wenn die Leute ihre Abers aufgeschrieben haben, dann gehe ich dann mit meinem Rechen auf diese Seite und dann sage ich, folgen Sie mit Ihrem Stift mal diesem Rechen. Das ist mein Aberbesen. Und dann ziehe ich den über den Satz. Und wenn die fertig sind, ist der durchgestrichen. Manchmal ist es so einfach und dann strahlen Sie und sagen, stimmt auch eigentlich. Also wir machen uns selber das Leben schwer mit diesen verdammten Abern und das ist der Grund, warum viele Menschen ihre Ziele nicht verfolgen. Und es wäre schade, wenn alles Walzer nicht passiert wäre. Erste Erkenntnis, die ich Ihnen mitgeben möchte, es gibt gar keine Traumpolizei. Da kommt niemand und sagt, haben Sie noch alle? Wir nehmen Sie mit, Sie spinnen doch wohl. Nein, wir dürfen uns alles wünschen. Sie dürfen sich wünschen, dass, wie heißen denn diese jungen, schicken Sängerinnen, Beyoncé, Sie dürfen sich wünschen, dass am nächsten Morgen Beyoncé neben Ihnen aufwacht. Wünschen dürfen wir nicht alles. Vielleicht können Sie mit etwas Fantasie Ihre Liebste da so ein bisschen gestalten danach. Wünschen dürfen wir uns alles. Und was ich kapiert habe in meinem Leben, jeder Wunsch hat eine Berechtigung. Und ich habe mal geguckt in meinen Coachings, welche Richtung haben diese Wünsche. Und das war sehr spannend. Ungefähr die Hälfte der Wünsche geht weg von etwas. Also ich will das nicht mehr haben. Ich erinnere mich, als ich noch Journalistin war, war ich angestellt bei einer Münchner Zeitung und bin morgens immer mit der Straßenbahn, mit der Trambahn dahin gefahren. Und ich hatte über ein Vierteljahr einen immer wieder kehrenden Albtraum. Ich habe nämlich geträumt, dass ich mit der Straßenbahn dorthin fahre und kurz vor der Haltestelle, an der ich aussteigen musste, ist die Trambahn abgebogen. Also ich kam da immer nicht mehr hin. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich irgendwann kapiert hatte, hey, du willst da nicht mehr hin. Und dann habe ich kapiert, aha, das ist ein Traum weg von etwas. Manchmal hat uns jemand gekränkt und wir wollen das nicht mehr. Manchmal müssen wir Dinge tun, die wir nicht mehr machen wollen. Das ist weg von etwas. Vielleicht hat uns jemand zu oft eins auf den Dez gegeben. Weg davon. Und die andere Hälfte der Träume ist genauso spannend, ist ein Hin zu etwas. Also etwas zieht uns magisch an. Das können Menschen sein, das können Erlebnisse sein, das können Träume sein von einer anderen Welt, von einem Leben mit Sinn, mit Hingabe und das zieht an. Und viele Kollegen und Experten sagen immer, die Leute wissen immer, was sie nicht wollen, aber sie wissen ja nicht, was sie wollen. Für mich sind die völlig gleichberechtigt. Wenn ich weiß, was ich nicht mehr haben will, mache ich erst mal den Weg frei für das, was kommen kann. Also lassen Sie sich nicht einreden, du sagst ja nur, was du nicht willst. Seien Sie froh, wenn Sie es spüren. Weil viele Menschen spüren das nicht mehr, was sie nicht wollen. Die sind dumpf, gehen jeden Tag dahin und lassen Sie sich jeden Tag kränken, lassen Sie sich jeden Tag, weiß ich nicht, erzählen, was sie alles nicht können, aber sie spüren es nicht, es kommt hier nicht an im Herzen. Und dieses Weg von ist der erste Schritt auf dem Weg zum Traum. Die zweite Erkenntnis, wir sind nicht auf der Welt, um die Träume von anderen Menschen kaputt zu machen. Und das ist leider eine sehr deutsche Eigenart. Und ich will es an einem Beispiel erklären, ich habe die auch. Ich musste vor einem Jahr etwa, als gerade die Lokführer und die Piloten gleichzeitig gestreikt haben, vielleicht erinnern Sie sich an diese Woche, von Frankfurt nach Köln. Ich saß in Frankfurt, es ging nichts mehr und es gab auch keine Leihwagen mehr. Also habe ich mich an Facebook erinnert, ich bin total gerne auf Facebook, habe gesagt, hingeschrieben, kleines Post, ich muss heute Nachmittag von Frankfurt nach Köln, wer kann mich mitnehmen? Ich habe gedacht, schauen wir mal, sagen Sie doch mal Social Media, mal sehen wie Social Media über das Dicksein. Und warum du bist Dicksein? Ich bin Sabine Ascolon, ich bin Autorin, Coach, Management Trainerin und ich habe ein Buch geschrieben über das Dicksein. Und warum du bist Dicksein? Weil es mich mörderisch ärrt, dass wir Dicken zur Zeit irgendwie in einer Hexenjagd verfolgt werden, als die, die schuld sind am Klimawandel und am Scheitern des Gesundheitsmarktes und ich weiß nicht was alles. Und ich möchte gerne Frauen A, diese Schuld nehmen und B, ihnen sagen, hey, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot. Lebt euer Leben. Richtet euer Fokus weg von diesem Starren aus Dicksein hin zu glücklichem Leben. Ich habe in meinem Buch die fünf Ursachen, warum wir dick sind, aufgezeigt und das sind fünf Tee. Tee ist ein harter Buchstabe und die Fakten sind auch hart. Das erste Tee steht für Trance. Wir sind oft gewohnt zu essen. Wir haben uns angewöhnt, wie wir essen. Also wir denken gar nicht mehr nach. Wir essen im Stehen, wir essen im Gehen, wir essen zwischendurch, direkt aus dem Kühlschrank und wir merken gar nicht mehr, was wir gegessen haben. Das zweite Tee steht für Talent und das heißt, manche von uns sind so gebaut. Die Amerikaner sagen so schön, we come in different sizes und ich weiß, ich bin aus der Baureihe kompakt und ich werde keine 1,80 Meter große Elfe mehr und dann ist das so und sich damit zu versöhnen, das ist die Kunst. Das dritte Tee steht für Traurigkeit. Wir sind manchmal traurig über das, was wir erlebt haben, unsere Diätkarrieren. Viele Dicke fühlen sich als Versager. Ich habe das nicht hingekriegt. Ey, warum bin ich so blöd? Warum schaffen das alle anderen? Und aus dieser Stimmung müssen wir wieder rauskommen. Ein Tee steht für Turbulenzen und das heißt, Stress macht dick. Das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Manche machen Stress dünner, also die, die dünn gebaut sind und viele Menschen, die zu Übergewicht neigen, macht Stress richtig dick. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir andere Stressbewältigungsmethoden lernen, um daraus zu kommen. Den Tee steht rübergestellt, habe ich Ls, weil L wie Lösung bin. Und das heißt, wenn ich mich mit meinem Körper, mit meinem Übergewicht, mit meinem Dicksein, sagen wir es ruhig so, versöhnt habe, dann kann ich anderes leben. Und deswegen heißt das erste L natürlich Liebe. Beginne, dich selbst zu lieben. Das zweite L heißt Lust. Führe ein Leben, das dir Lust und Spaß verschafft. Dann brauchst du vielleicht nicht mehr das Essen als Trost. Das dritte L steht für Leidenschaft. Das steht dafür, dass wir unser Leben wirklich in den Griff kriegen, dass wir, das ist überhaupt nicht wahr, aber was mache ich jetzt? Und genieße jede Sekunde. In diesem Kapitel habe ich die zwölf Schlüssel zum gelassenen Essen aufgezeigt, weil es für ihn Spaß macht. Weil es ist richtig toll, worauf man kommt, wenn man mal drüber nachdenkt, wie wir anders leben könnten. Ein L steht für Leichtigkeit. Und ich vergleiche da unser Leben mit einer Schaukel. Und Sie kennen das alle als Kinder, wie wir geschaukelt sind, hin und her. Und diese Leichtigkeit, dieses fast Fliegen können, wieder zu erleben, das ist ein Ziel. Und das letzte L steht für Lachen. Und Lachen heißt, erkennen Sie an, dass Sie weg sind, lachen Sie drüber und leben Sie so, als wenn Sie dünn wären. Und Sie werden sehen, Lebensfreude steigt, der Spaß am Leben steigt. Und das wünsche ich Ihnen, das ist das Ziel dieses Buches. und Sie werden sehen, dass Sie ein Ziel ist, Es geht darum, wie ich meine Ziele erreiche. Und zwar, wie ich die Chancen vergrößere, um meine Ziele zu erreichen. Es gibt nie richtig oder falsch. Es gibt nie besser oder schlechter. Es gibt nur das Gefühl in uns. Und in meinem Vulkan wohnt natürlich die Sehnsucht und die wird angetrieben. Die wird angetrieben von Hoffnung und Zuversicht. Und ich werde oft gefragt, was ist denn, wenn man keine Sehnsucht nach irgendwas hat? Sag ich, ja, dann decken Sie nicht drüber nach. Wenn keiner klopft, macht man auch nicht die Tür auf, oder? Also dann seien Sie fröhlich, seien Sie froh. Meine Erfahrung ist übrigens, dass Menschen, die sagen, ich habe da keine Sehnsucht, keine Träume, ihre Träume längst leben und es gar nicht wissen. Überleg dir vorher, wem du das erzählst. Weil es gibt Menschen, die können das nicht aushalten. Das sind die, die versuchen mit zwei, drei Bemerkungen, dir deinen Wunsch und deinen Traum gleich mal kaputt zu machen. Du spinnst doch, was glaubst du denn? Wer bist du denn? Die werden gerade auf dich gewartet haben. Und als ich das so gehört habe, habe ich mich erinnert an eine Erfahrung mit meinem Sohn. Mit 24 in München wollte er gerne Koch werden und zwar bei einem Sternekoch lernen. Und ich hatte einen Gedanken im Kopf, den ich Gott sei Dank nicht ausgesprochen habe. Und der hieß, die werden gerade auf dich gewartet haben. Gott sei Dank Mundschuh, Klappe halten. Das ist manchmal sehr gut. Eine Woche später hatte er eine Lehrstelle bei einem Sternekoch, beim Holger Stromberg. Dieser Kerle hatte plötzlich ein klares Ziel vor Augen und er hatte die nötige Energie, um es umzusetzen. Und das ist etwas, was wir auch brauchen. Wir brauchen diese Energie zur Umsetzung. Wir lernen daraus, dass es eine Entwicklung ist und dass es manchmal Zeit braucht. Ich sage immer, Geduld ist die große Schwester der Sehnsucht. Wir sind manchmal so ungeduldig. Kennt ihr das? Das klappt nicht, lasse ich es. Geht ja nicht, habe ich keine Chance. Und ich plädiere sehr für Geduld, weil manche Träume begleiten uns so durchs Leben. Das Leben ist eine Aneinanderreihung unzähliger Zufälle. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Was das Leben uns schickt oder was sich ergibt, können wir nicht beeinflussen. Aber es ist wie beim Tennisspielen. Wie der andere aufschlägt, das kannst du nicht beeinflussen. Aber deinen Return kannst du beeinflussen. Und dann kommt es darauf an, wie du stehst. Ob du gut stehst oder ob du nicht gut stehst. Und unser Part im Leben ist, ergreife ich die Chance oder ergreife ich sie nicht? Mache ich was draus oder mache ich nichts draus? Und da können wir das Leben ein Stück beeinflussen. Und das heißt, es ist eine ganz aktive Beeinflussung. Wir können nämlich aus Absicht und Zufall etwas machen. Stellt euch vor, wenn alles Zufall ist und du hast gar keine Absicht, dann rauschen die Zufälle so an dir vorbei. Aber wenn du ein Zielbild hast, wenn du weißt, was du eigentlich machen möchtest, dann machst du aus Absicht plus Zufall eine Chance. Und je klarer so ein Zukunftsbild bei einem Menschen ist, umso größer ist die Energie, dieses Ziel zu erreichen. Die nächste Botschaft, die ich Ihnen noch mitgeben möchte, erfüllt sich der Traum, fängt meistens die Arbeit erst an. Also das ist auch ein Wahn zu glauben, wenn sich dieser Traum erfüllt, ist alles nur noch schön. Wir brauchen diese Geduld, um nicht zu schnell aufzugeben und deine Sehnsucht wird euch führen. Vielen Dank. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie kann ich denn nun zum krönenden Abschluss des Tages die folgende Referentin anmoderieren. Das ist echt eine Herausforderung, weil wahrscheinlich habt ihr mindestens eins ihrer inzwischen über 30 Bücher gelesen. Ihr habt sie sicherlich auf dem einen oder anderen Kongress erlebt als Speakerin oder wart in ihren Workshops oder habt auf ihrer Website die ganz tollen Videos angeschaut. Das habe ich nämlich nochmal gemacht und habe mich noch mehr gefreut, sie live auf der Bühne zu sehen. Aber um so ein bisschen zu erzählen, was euch jetzt erwartet, erzähle ich euch zum Beispiel, dass sie mit drei Brüdern aufgewachsen ist. Das heißt, sie kennt sich mit Jungs, Großen und Kleinen, richtig gut aus. Außerdem ist sie nicht nur als Referentin unterwegs, sondern eben, wie gesagt, mit den Büchern. Das heißt, ihr könnt es auch nachlesen, ihr könnt es nacherleben. Als Schiedsrichterin auf dem Fußballfeld, das fand ich total spannend. Das kann man sich auch mal visualisieren, kann ich mir richtig gut vorstellen, voller Energie in diesen Männerthemen. Und worum es jetzt geht, sind die sieben Business-Rituale von Männern und was Frauen davon lernen können. Und ganz viel mehr möchte ich nicht sagen, außer dass sie außerdem noch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist, das finde ich auch hervorhebenswert. Und jetzt finde ich einfach, es ist deine Bühne, liebe Sabine. Wir freuen uns unglaublich. Bitte begrüßt mit einem großen Applaus unsere Schirmherrin, Sabine Askodom. Askodom. Vielen Dank. Ja. Da bin ich wieder. Wie heißt es so schön? Nicht das Beste kommt am Schluss, sondern die Alte kommt am Schluss. Ha. Ich bin die Älteste von allen, die hier auf der Bühne waren. Ich bin nämlich letztes Jahr 60 geworden. Ich kann nur sagen, tolles Alter. Zwischen mit 61 noch tolleres Alter. Und es ist jetzt schon schwierig, vielleicht können Sie sich das vorstellen, so nach so viel geballter Wissenspower, jetzt da noch was einzubringen, was ihr noch nicht gehört habt. Und das ist schwierig, weil es sind ganz viele Themen beschrieben worden, es sind ganz viele Tipps gegeben worden. Ihr habt hier eine Menge Übungen gemacht. Und jetzt am Schluss nochmal was reinzubringen, was vielleicht noch nicht da war. Ihr habt auch schon was über Männerriten gehört, wie Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und ich habe gedacht, was ich wirklich einbringen kann, ist meine Erfahrung. Und was ich gelernt habe in meinem Leben ist in der Tat, alles braucht seine Zeit. Auf wie viele Frauenkongressen war ich selbst als junge Frau. Und ich habe immer gedacht, warum bin ich, wie ich bin. Die anderen sind immer so viel weiter. Und ich habe gelernt, es ist eine Sache von Entwicklung. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen und morgen ist vielleicht noch nicht alles anders und Sie können nicht alles umsetzen, was Sie hier gehört haben, dann bitte seien Sie liebevoll mit sich selbst. Es ist alles eine Entwicklung. Und was man vielleicht mit 61 weiß und was man vielleicht mit 61 sehr gelassen sehen kann, konnte ich vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht gelassen sehen. Vor 30 Jahren war ich eine Frau mit zwei Macheten in der Hand. Und wenn ich gekämpft habe, habe ich gekämpft. Pam, 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 meine Feinde fielen links und rechts zu Boden. Ich wartete durch Blut. Meistens männliches Blut. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist so anstrengend dauernd, dieses Kämpfen. Und vielleicht könnt ihr euch auch vorstellen, mit zwei Macheten in der Hand hat man wenig Freunde. Also auch im privaten Freundeskreis halten sich doch alle ein bisschen zurück. Und ich glaube, damals war es wichtig und richtig. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich will eigentlich gar nicht mehr so sein. Und das schönste Kompliment, was ich seit langem bekommen habe, habe ich Anfang dieses Jahres von einer Frau bekommen. Die war bei einem Vortrag, kommt hinterher zu mir und sagt, meine Frau Astridom, Sie haben sich aber verändert. Und ich sage, ja, wir werden alle nicht jünger. Ja, ich weiß. Nein, nein, das meine ich nicht. Sie sind so viel weicher geworden. Ich sage, ich bin weicher geworden. Dann sagt sie, ja, ich war vor zwölf Jahren mal bei Ihnen in einem Seminar und da hatte ich Angst vor Ihnen. Ich sage, was hatten Sie? Ja, ich hatte Angst vor Ihnen, weil Sie haben immer gesagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und sie hatte Angst. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, ich bin wesentlich weicher geworden und sehr viel vorsichtiger mit Aussagen. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Vor 30 Jahren, 20 Jahren habe ich gesagt, so ist es, so verhält es sich. Und ich habe manchmal gelernt, in manchen Situationen, vielleicht denke ich ja das nur, dass es sich so verhält. Und vielleicht ist es ja gar nicht richtig. Zwei kleine Beispiele. In einem Vortrag habe ich mal einen Satz gesagt, den habe ich jahrelang in Vorträgen gesagt. Ich habe nämlich den schönen Satz gesagt, wir alle wissen ja, ohne Gesundheit ist alles nichts. Wer von Ihnen kennt den Satz? Ziemlich weit verbreitet. Es war ein Essen im Haus der Wirtschaft, werde ich nie vergessen. Geht ein Arm hoch, sagt, ja, bitte. Und eine Frau sagt, darf ich was dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Und sie sagt, Frau Askedom, dieser Satz ist Quatsch. Und ich sage, wieso? Sagt sie, ich habe Multiple Sklerose. Aber das heißt nicht, dass dadurch alles nichts ist. Boah, habe ich gedacht, was redet man für einen Scheiß, oder? Was redet man für gedankenloses Zeug aus bestem Wissen und Gewissen? Das ist ja eigentlich ein schöner Satz. Aber er ist Bullshit. Er ist dummes Zeug. Und so werde ich immer vorsichtiger. Ich habe vor einer Gruppe von weiblichen High Potentials in einem Unternehmen ein Seminar und sage so zwischendurch zu den jungen Frauen, achtet ein bisschen drauf. Wenn ihr Karriere machen wollt, nicht zu tiefen Ausschnitt, nicht zu kurze Röckchen, nicht zu hohe Schüchen, vielleicht nicht zu weibliche Frisur. Und dann meldet sich eine von diesen jungen Frauen und sagt, Frau Askedom, da habe ich jetzt gerade eine Frage. Sie haben gerade meine Chefin beschrieben. Was habe ich daraus gelernt? Ich glaube, dass es so ist. Aber deswegen muss es nicht so sein. Und je älter ich werde, umso mehr Beispiele gebe ich gern. Was ich glaube, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe. Aber ich werde immer vorsichtiger mit aussagen, es verhält sich so. Weil ich festgestellt habe, dass mich ganz viele Leute immer wieder widerlegen können. Also ich glaube, das ist eine Sache, die sich im Alltag geändert hat. Und das Zweite ist, dass ich mich ja nun wirklich tatsächlich verändert habe. Und auf Wunsch von mindestens drei Frauen, die ich liebe und schätze, erzähle ich Ihnen mal kurz den Unterschied von vor 22 Jahren und heute. Ich weiß, dass einige von Ihnen die Geschichte schon gehört haben. Ihr könnt euch noch einen Pflaumenkuchen holen in der Zwischenzeit oder sowas. Oder ihr freut euch einfach dran. Manche haben es vielleicht im Internet gesehen und freuen sich jetzt am Original. Und für alle anderen, großer Unterschied. Sabine Askedom vor 22 Jahren. Vor 22 Jahren habe ich nämlich mein erstes Buch von diesen wirklich tatsächlich 30 Büchern geschrieben. Und es hieß Balancing. Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Und ihr wisst, das ist ein Thema, das alle irgendwie Mütter mit Kindern und auch andere beschäftigt. Und ich habe dieses Buch geschrieben und ich wurde eingeladen nach Hamburg in eine Talkshow. Ich sollte mein Buch präsentieren. Ich sah mich schon so das Buch in die Kamera halten. Reich, berühmt und glücklich werden. Was habe ich als allererstes gemacht? Ich habe mir ein Fernsehkleid gekauft. Ein Traum von einem Kleid. Ein Kleid aus schilfgrüner Seide. Könnt ihr euch vorstellen? Schilfgrüne Seide floss über meinen Körper. Solche Schulterpolster erinnert ihr euch? Anfang der 90er Jahre. Ein kleiner Zickzack-Ausschnitt. Und das Schönste an diesem Kleid, eine Längspasse. Und ihr wisst, längs streckt. Genau. Ich war elfenschlanke in diesem Kleid. Es war schweineteuer, aber ich wusste, es kommt ja millionenfach zurück. Man muss auch mal investieren in den Erfolg. Also ich dieses Kleid angezogen und nach Hamburg geflogen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass Seide ein sehr empfindlicher Stoff ist. Und als ich in Hamburg aus dem Flieger ausstieg, hatte ich so ein Bauchplissee quer. Könnt ihr euch das vorstellen? So eingebrannte Falken. Ich habe dann immer daran gezogen, aber was Seide einmal hat, gibt sie nicht wieder her. Also der Längseffekt war schon mal aufgehoben. Mein Selbstbewusstsein auf null gesunken. Dann komme ich in das Studio. Was ich auch nicht bedacht hatte, war, dass es in einem Studio affenheiß ist. Mir ist das Wasser hier so runtergelaufen. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch so ein Tropfen hinten die Haare runterrollt und den Rücken runterperlt? So heiß war das. Und wisst ihr, was schilfgrüne Seide macht, wenn sie nass wird? Sie wird schwarz. Ich hatte solche breiten Schwitzstreifen unter den Armen. Bahnen hinten den Rücken runter. Ich habe gesagt, ich muss sterben, tot sein, Erde tu dich auf, verschling mich. Tat sie leider nicht, mein Selbstbewusstsein auf minus 3000. Ich gehe vor lauter Verzweiflung auf das Gästeklo, also auf das Damenklo und versuche an so einem winzig kleinen Handföhnen, mich trocken zu föhnen. Ich kann euch sagen, es geht nicht. Kennt ihr das aus der Werbung? Das haben sie mir geklaut, das ist meine Geschichte. Aber es funktioniert nicht, weil es kommt wieder heiße Luft raus. Man schwitzt noch viel mehr. Ich war fertig, minus 8000, mein Selbstbewusstsein, sterben wollen, irgendwas muss jetzt passieren, Bombe oder sowas. Kommt die Aufnahmeleiterin rein und sagt, Frau Askelum, Sie müssen jetzt kommen. Sie sind unser erster Gast. Okay, gehe ich halt mit. Stehe so neben dem Moderator. Christian Berg von Radio Bremen, werde ich nie vergessen. Christian Berg hat jeden Gast einzeln vorgestellt im Stehen, dann durfte man sich setzen. Christian Berg schaut mir an und sagt so, vorassgenommen, Sie haben ein Buch geschrieben und ich sage, Christian Berg gibt nicht auf und sagt, da geht es ja so um Familie und Beruf und ich sage, Kennen Sie das? Wenn da nichts drin ist, kann da nichts rauskommen. Andere Leute müssen dafür jahrelang meditieren. Bei mir war das eine Sache von einer Sekunde, glaube ich. Gedankenstille, völlige Gedankenstille. Christian Berg wurde etwas nervös, das war schon eine Talkshow, zwinkerte mir so zu und sagte, Frau Askelum, Sie selber haben ja auch Kinder. Und ich sage, zwei. Und das war mein großer Auftritt, ich durfte mich setzen. In meinem Hirn war der Teufel los. Kennt ihr diese kleine Stimme, die manchmal liebevoll mit uns spricht? Man nennt sie auch den inneren Kritiker. Und der sprach mit mir und der sagte, mach's Maul auf, red endlich. Das Blöde ist, je lauter diese Stimme wird, umso leerer wird. Noch mal das Hirn. Also, ich wusste nicht mehr, wie ich heiße. Ich hatte ein Buch geschrieben, zu welchem Thema? Völliger Blackout. Also, ich darf mich setzen. Ich gehe auf diese Sitzgruppe zu und sehe plötzlich, das sind Clubsessel. Kennt ihr Clubsessel? Rund, gepolstert, tief, eng. Und es waren sogar eher Clubsesselchen. Und ich gehe auf dieses Clubsesselchen zu und denke, scheiße, da komme ich nie wieder raus. Nur während einer Live-Sendung können sie nicht sagen, oh, ich bleibe lieber stehen. Ich musste in diesen elenden Sessel. Todesmutig ließ ich mich hineinplumpsen. Und während ich plumpste, machte mein schilfgrünes Seitenkleid. Ja, exakt. Und da wusste ich, ich komme nicht mehr raus, ich will es aber auch nicht. Ich saß anderthalb Stunden wie ein Vollidiot in diesem Clubsessel. Ich bin ja nicht sehr groß. Also, ich saß so. Die anderen Gäste kamen dazu, die haben sich super verkauft. Marketing at its best. Ihre Bücher, ihre Filme, sich selbst. Und ganz bescheiden dazwischen saß Frau Askodom. Ich glaube, zweimal haben sie mich noch was gefragt. Dann haben sie aufgegeben. Da saß die Frau einfach in Ruhe. Da kommt heute nichts. Hölle, 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 Hölle. Ihr kennt diese andere Stimme. Nicht den Kritiker, sondern den Bösen in uns. Siehst du, du hast jetzt davon, du fette Kuh. Willst berühmt werden. Mäck, 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 mäck. Früher habe ich noch so mit mir geredet. Schon lange nicht mehr. Also, es war richtig die Hölle. Blamage, Blamage. Anderthalb Stunden. Ich kam dann hinterher wieder raus. Es war auch nur die Innennaht vom Kleid. Es war alles gar nicht so schlimm. Aber ich habe etwas gelernt an diesem Abend. Und ich glaube, dass der wirklich einer der wichtigsten Abende und die Tage danach die wichtigsten Tage meines beruflichen Lebens waren. Nicht privat, beruflich. Weil ich habe einiges gelernt. Was habe ich gelernt? Erstens, es ist Stress in einem Fernsehstudio. Wie kommst du auf die Idee, dass du das können können müsstest? Also, wir überfordern uns auch manchmal. Kennst du das? Das hätte ich schaffen müssen. Warum ist mir da nichts eingefallen? Hätte ich doch hinkriegen müssen. Nein, das ist ein Blödsinn. Wir haben das oft nicht gelernt. Zweitens, Fernsehen ist Stress. Und Stress macht blöd. Kann man jetzt wissenschaftlich nachweisen. Es ist in der Tat so. Stress macht blöd. Ich war blöd in dem Augenblick. Was habe ich noch gelernt? Du kriegst immer eine zweite Chance. Und wenn du dich besonders blöd anstellst, auch noch eine dritte und noch eine vierte. Also, glaubt es nicht, dass die erste Chance alles entscheidet. Manchmal ja. Aber manchmal können wir es wieder gut machen. Und ich erinnere mich, halbes Jahr später, glaube ich, damals, bekam ich eine Einladung von Schreinemarker Live. Kennt ihr das noch? Schreinemarker, ein bisschen strange, aber gut. Und da war ich zwar auch jetzt nicht grandios und nicht der Bringer, aber ich habe schon ganze deutsche Sätze gesagt. Nach dem nächsten Buch kam die nächste Einladung in die nächste Talkshow. Da konnte ich schon richtig atmen. Also, wie war das? Und bei der dritten Talkshow konnte ich schon Inhalte mit einbauen. Also, manchmal braucht es alles ein bisschen länger. Aber es hat mein Leben wirklich verändert. Dieses sich Trauen, dieses Rausgehen. Und das ist etwas, was ich allen Frauen gerne mitgeben möchte. Traut euch, es zu tun, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Weil wir warten oft auf den Augenblick, wenn wir so weit sind. Und dann machen wir ganz viele Seminare und ganz viele Coachings und ganze Trainings. Alles wunderbar. Aber lernen tun wir es nur im Tun. Wir lernen es, indem wir auf eine solche verdammte Bühne gehen. Und glaubt mir, wer das noch nicht 38 Mal gemacht hat, dem zittern hier die Knie. Oder wir kriegen so hektische rote Flecken am Hals. Kennt ihr das? Das ist aufregend. Und sich zu trauen, das ist der Schritt zum Gewinn. Das ist der Schritt zur Entwicklung. Wir entwickeln uns nicht, wenn wir uns nicht auf solche Bühnen trauen. Das kann eine solche Bühne sein, das kann eine Präsentation im Unternehmen sein, das kann das erste Kundengespräch sein. Erinnern Sie sich noch? Und so, wenn wir uns selber verkaufen. Das ist viel schlimmer, als wenn wir Fliesen verkaufen oder irgendwas. Also das sind alle Schritte in unserem Leben, die uns dienen, uns zu entwickeln. Also eine Sache, die ich gelernt habe, du kriegst immer eine zweite Chance. Tu es. Ich hatte vorletztes Jahr eine Fernsehsendung im Bayerischen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Eine Coaching-Sendung. Und da hatte ich als Motto, mach es einfach, aber mach es einfach. Und das ist bis heute mein Motto. Tu es. Nutze Chancen. Ich bin jetzt nicht die große Planerin. Ich bin die Chancennutzerin. Ich habe noch nie einen 3- oder 5-Jahres-Plan gemacht. Das bin ich nicht. Wahrscheinlich liegt es an der Nase oder irgendwas. Bäckchen. Wie war das mit dem Bäckchen? Irgendwas mit Bäckchen hat das zu tun, glaube ich, habe ich gelernt. Nein, ich habe immer Chancen genutzt. Und ich möchte es so gerne weitergeben. Nutzt Chancen. Sagt Ja, auch wenn ihr denkt, ich sterbe. Sterbt nicht. Sagt Ja und macht es. Und das ist vielleicht nicht einfach, aber das ist besser. Was habe ich noch in dieser Zeit verändert? Endlich kam es eine halbe Stunde vorbei. Kommen wir mal zu dem Thema des heutigen Abends. Ich habe gelernt, dass Männer auch Menschen sind. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Aber ich habe das lernen müssen. Ich habe früher gedacht, Männer sind irgendwie doofe Frauen. Und dann habe ich gemerkt, das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Sie sind nur anders. Und ich glaube, dass das wirklich stimmt. Dürft ihr alle fotografieren, aber nicht drucken. Ich schwöre es euch. Ich erschlag euch. Auch bitte nicht auf Facebook. Die sollen alle erst herkommen, das angucken. Aber es ist doch so. Das Schöne ist, dass Männer auch lachen können, wenn sie das Foto sehen. Und die sagen mir, genau so ist es, Frau Asgedon. Wir sind die Einfachen. Sag mir, was ich tun soll. Und ich tue es. Also nicht, findest du nicht auch, dass es in der Küche ein bisschen müffelt? Sondern kannst du bitte den Mülleimer nehmen und raustragen? Männer haben ja wirklich zu Dutzenden bestätigt, dass sie das gerne tun, wenn sie die klare Anweisung kriegen. Was sie hassen, sind wir. Die glauben mit Andeutungen. Und ich habe das doch mal angedeutet. Müssen sie wissen, was sie tun sollen? Das ist wie, wenn du vor dem Juweliergeschäft stehst mit deinem Liebsten und sagst, guck mal da oben, die kleinen roten Ohrringe, die würden toll zu meiner Kette passen. Er sagt, aha. Und du denkst, du kriegst sie zum Geburtstag. Nein, du kriegst eine Uhr zum Geburtstag. Und sagst, hast du das nicht verstanden? Ich habe dir doch eine Andeutung gemacht. Was habe ich daraus gelernt? Heute sage ich, so, ich möchte diese roten Ohrringe. Willst du sie mir kaufen? Soll ich sie dir aufschreiben? Soll ich sie mir selber kaufen? Soll ich dir die Rechnung geben? Soll ich gleich deine Kreditkarte nehmen? Ganz einfach, oder? Und das hat nichts mit Werten zu tun, wirklich nicht. Also mit jemanden bewerten. Es hat damit zu tun, dass wir unterschiedlich sind. In der Tat. Da habe ich, glaube ich, 50 Jahre für gebraucht. Bis ich das annehmen konnte, dass wir nicht nur, wie hieß es mal, ein ganz berühmtes, Mädchen werden nur als Mädchen erzogen. War so ein Buch meiner Jugendzeit. Also wir sind eigentlich alle gleich, aber durch diese Erziehung werden wir halt Putt macht. Und wir sind nicht gleich. Das ist mir wirklich klar geworden. Ein Mann hat neulich zu mir nach einem Vortrag gesagt, vor Asgenomm, sagen Sie das doch mal meiner Frau. Weil ich komme manchmal abends nach Hause und sie hat so ein Gesicht. Und dann sage ich, Liebling, isst was? Und sie sagt, nein. Und ich muss jetzt rausfinden, was sie hat. Können Sie nicht sagen, dass sie mir das einfach sagen soll? Dann kann ich damit umgehen. Und glaubt mir, dann haben Männer auch eine Chance. Aber wir geben ihnen manchmal keine Chance, weil wir lieber übel nehmen. Kennst du das? Haha, ich erinnere mich. Schon unseren dritten Hochzeitstag hattest du vergessen. Oh, Frauen können so gemein sein. Männer auch vielleicht anders. Aber in dem Fall sind wir wirklich die Nachtragenden. Wie war es mit dem Elefantenhirn? Also wir sind unterschiedlich. Und was ich gelernt habe, ist, dass das nicht heißt, dass Männer schlechter oder anders sind. Oder schlechter sind. Sie sind nur anders. Wie war es mit dem Tehn thing. Oder er sahnen. Ich bin auch ruhig, dass das nicht mehr Bei dir Letter. Vielen Dank. Vielen Dank. Jesus Christus offenbart an Gottfried Meierhofer am 4. August 1870. Mädchen, Jungfrau, Mutter und Weib Nachdem deine Gesellschaft beinahe in der Überzahl weiblichen Geschlechts ist und eben dieses Geschlecht auf die geistige Erziehung meiner Kinder so wesentlichen Einfluss hat, so will ich denn diesen deinen Schwestern zulieb auch einige Worte für sie geben, damit die einen erkennen, was sie eigentlich hätten tun sollen und die anderen das in Betrachtung ziehen mögen, was ihnen noch zu tun übrig bleibt, teils um den Namen meiner Kinder zu verdienen, teils um dahin zu wirken, dass alle Seelen, die ich ihnen in die Hand legen werde, gemäss meiner höheren Bestimmung auch auf meine Wege mögen leiten werden. Also nun zur Sache. Wir wollen beginnen wie bei den vorigen vierfachen Diktat, das heisst mit der Jugend oder mit dem ersten Stadium als Kind oder im geschlechtlichen Ausdruck mit dem Mädchen. Zunächst nach der Geburt, wo noch kein geschlechtlicher Unterschied vorhanden ist in Bezug auf Triebe und Leidenschaften, wo das vegetative Leben nur allein das Vorherrschende ist, da zeigt sich beim Knaben oder Mädchen kein anderer Unterschied als nur in der körperlichen Einrichtung, indem beim Mädchen der schwächere Organismus, der ruhigere, leidende, passiv vorherrscht, während beim Knaben schon mehr das ungestüme und beweglichere Temperament durchleuchtet, was demselben später seinen Charakter gibt, im Vergleich mit dem sanfteren und schwächeren Mädchen. Diese Epoche ist also die nämliche bei beiden Geschlechtern. Alle Leidenschaften und Tugenden schlafen ruhig den Schlaf des Gerechten, bis andere Zustände sie zur Trennung und zum Kampf aufwecken, wo dann ebenso beim Mädchen der Eigensinn und der Zorn die ersten bösen Eigenschaften sind, die sich kundgeben, wie wir es beim Knaben gezeigt haben. Was ich dort über diese beiden Triebe gesagt, das gilt auch nun beim Mädchen. Nur ist hier der Eigensinn eine noch gefährlichere Leidenschaft beim Mädchen als beim Knaben, indem der Knabe im späteren Alter doch mehr Willenskraft besitzt, denselben Eher zu bändigen, während das Mädchen schwächer nicht dem Reiz widerstehen kann und auch noch leichter in all ihrem Tun deshalb bestätigt wird, weil es als das schwächere Geschlecht überall Nachgiebigkeit findet, welche Nachgiebigkeit gegen seinen Trotz aber später der Jungfrau und Mutter böse Stunden bereiten wird, indem sie als dann mit dem anderen Geschlecht in Berührung kommt, das von mir selbst bestimmt wurde zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. So viel also über diese beiden Eigenschaften. Wer von deinen Schwestern Kinder zu erziehen hat, beachte wohl diese beiden Giftkräuter, die, so sehr das Weib geschaffen ist, überall, wo es nur auftritt, den Frieden und Segen zwischen aufgeregten Gemütern herzustellen, ebenso im Gegenteil den schönsten Himmel zur Hölle verwandeln kann, wenn das Weib diese bösen Eigenschaften zu bezwingen nicht die Kraft hat, woraus dann die schlimmsten Folgen erwachsen, nicht nur für das eigensinnige und zornmütige Weib selbst, sondern auch auf Kind und Kindeskinder, wie ein krebsartiger Schaden sich fortpflanzen. Was beim Knaben mit seinen fortschreitenden Jahren die Kampfeslust, das stärker als andere sein und über seine Kameraden herrschen wollen, eine Lieblingsneigung ist, das ist im Gegensatz beim Mädchen die Eitelkeit. Der Knabe möchte als der stärkste, gewandteste und gescheiteste von seinen Mitgespielen angesehen und als solcher gefürchtet sein. Das Mädchen dagegen möchte die schönste und bestgekleidete und reizendste unter ihren Freundinnen sein, die es im Staatenleben verbreitet hat. Während gerade diesem Geschlechte von mir die Palme des Sieges durch seine passive Macht der Sanftmut über die ungestümen Leidenschaften des Männlichen zugedacht war, triumphiert es jetzt durch die Künste des Satans, verführt und leitet den Mann statt zum Siege durch die Liebe zum Untergang und gänzlichen Verfall durch seine Herrschsucht, so dass ich jetzt wieder einschreiten muss, um den Mann aus diesen mit Dornen umwundenen und von mir aus seinen vollendeten Rosenketten zu befreien und aus dem weiblichen Herzen diese schlechten und bösen Leidenschaften durch Elend, Armut und Krankheit auszutreiben, damit meine Schöpfung wieder ins Rechtige Leise kommt, in welchem das Weib die Stütze oder die Gehilfin des Mannes der besänftigende, nicht aber der befehlende und allein kommandierende Teil auf dieser Erde sein soll. Ich habe euch alles dieses vorausgeschickt, um euch zu zeigen, wohin eigentlich dieses mit so vielen edlen Eigenschaften von mir aus veranlagte weibliche Geschlecht gekommen ist und dass nur noch in wenigen Herzen bessere Gefühle als Ehrgeiz und Putzsucht Platz haben. Ich habe euch gezeigt, wie ein Funke in der Jugend wenig beachtet, einst zum Brande angefacht, heilloses Unglück um sich her verbreiten kann, damit ihr seht, vor was ihr euch selbst zu hüten habt und vor was ihr eure Kinder schützen sollt. Jetzt wollen wir das Bild von einer anderen Seite betrachten, nämlich von der Seite, wie ich eigentlich das Weib schuf, wie ich alles in es hineinlegte, um meinem Zweck nicht hinderlich zu sein. Ich will euch jetzt das Weib in seinen vier Epochen darstellen, wie es sein sollte, wie es nur allein auf diesem Wege zu meiner Kindschaft gelangen und so seiner Aufgabe auf dieser Erde vollständig entsprechen kann. Was bei der Erziehung notwendig ist, habe ich euch am Anfang angedeutet. Suchet das Herz eines Mädchens sanft zu erhalten, erweckt bei Zeiten die Liebe, die allesbesänftigende Liebe zu mir und zum Nächsten, erweckt das Mitgefühl in ihr, denn wenn ein Herz die Leiden eines anderen Menschen fühlen lernt, so sucht es auch Hilfe dagegen, so viel ihm möglich. Mitgefühl erhält das Herz weich und bereit zu helfen, wo es kann und entfernt viele andere böse Gelüste und Gedanken, die sonst in einem stolzen Herzen den Platz für sich allein einnehmen würden. Mitgefühl leitet zur Achtung Gleichheit mit seinem Nächsten und ist gerade das Entgegengesetzte von Stolz, welchen der Wahn beherrscht, etwas Besseres als andere zu sein. Mitgefühl diese Blume aus der Krone der Nächstenliebe versüsst das Leben, sänftet jeden Schmerz und tröstet in jedem Verhältnis. Und wem habe ich gerade mehr Mittel gegeben, dieses Mitgefühl am wirksamsten auszuüben? Vielen Dank. 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 Ja, ein tolles Bild hier im Kind, was irgendwie anscheinend Kartoffelbrei mit Spinat essen soll. Oh, das schmeckt ja nicht, da fehlt die Wurst. Ja, und der Käse und ein Ei reingeschnitzt anscheinend, sonst würde es wirklich glücklicher aussehen. Hier sind an der Seite einige Kinderärzte aufgeführt. Und denen hat man natürlich irgendwelche Zitate rausgezogen. Er sagt hier, der unten was sehr Intelligentes sagt, Dr. Josef Kahl sagt hier, manche Eltern zelebrieren ihre vegane Überzeugung wie eine Religion. Das wird er im Interview wahrscheinlich mal fallen gelassen haben, als sie ihn gefragt haben, ja, wie sind die denn so drauf? Ja, es wird hier auch kurz erwähnt, dass irgendjemand gesagt hat, genau, als ich sie auf die Gefahren aufmerksam machte, sagten sie nur, Jesus hat auch kein Fleisch gegeben. Aha, also alle Veganer sind religiöse Fanatiker. Dem kann ich nichts zustimmen. Die meisten, die ich kenne, machen das nicht aus religiösen Gründen. Und ja, hier ist noch eine Kinderärztin aus Bad Homburg. Sogar, es gibt einen Zusammenhang zwischen Veganismus bei Kindern und Magersucht. Das kann man vielleicht sogar irgendwie, hm, auch auf die vegane Ernährung noch nicht empfiehlt. Ja, das ist korrekt. Die hängen völlig hinterher in Amerika. Ich hoffe, ich finde den Artikel, wenn, dann verliebe ich ihn euch unten in der Infobox. Also, was er da empfiehlt, ist gar nicht schlecht. Nur dieser Artikel ist genau umgekehrt. Ich habe jetzt für einen Kunden von mir ein Video produziert, der heißt, der Bildindikator. Da geht es darum, wann man Gold kaufen soll. Und wenn man Fleisch und Käse und Eier geben möchte, dann muss man auf das und das achten, dass die mehr davon essen. Ein sehr, sehr gutes Buch sollte eigentlich in jedem Haushalt von Veganern stehen, die vor allem Kinder haben. Dann, ganz klar, wie die auch kurz drin gesagt, ja, Mangel an Jod und Wetter. Jod, überhaupt kein Problem. Nimmt man halt das Jodsalz von Rapunzel. In allen Fertigprodukten ist sowieso dieses blöde Jodsalz mit drin. Das ist ein Rapunzel, das Jod ist ja aus Algen. Wenn man regelmäßig Algen isst, hat man da gar kein Problem mit. Algen auch kein großes Problem, wenn man ein bisschen die richtigen Sachen isst. Gibt es genügend Videos zu dem Thema. Dann Proteine, ganz klar. Ich mache auch mittlerweile Erbsprotein, unsere Smoothies mit rein. Das Lysin, da findet ihr übrigens auch. Ein kostenloses PDF, da linke ich euch auch in meiner Infobox. Auf unserer Webseite von Dr. Jakob. Der hat das beste Buch geschrieben über Ernährung generell. Und das ist nicht vegan, das zeigt, was man essen sollte und was nur ganz wenig. Und da können die die Ernährung von kostenlos runterladen. Da steht alles drin. Und da soll man halt auch darauf achten, dass man genügend Hülsenfrüchte isst, genügend Visin. Und ich supplementiere das zum Beispiel als Erbsenkrotein. Schmeckt sehr gut. Da schmecken dann die Smoothies mehr so wie ein Milzshake. Was man auf jeden Fall supplementieren muss, ist B12. Die haben so Nutzstabeln. Es gibt Leute, die haben so Sprays, die haben so Tropfen. Egal. Das sollte man auf jeden Fall machen. Wenn man sich 100% vegan ernährt, sollte man B12 supplementieren. Und jetzt kommt noch mal eine Frage an den Professor Dr. Leitzmann zum Thema. Kann man seine Kinder vegan ernähren? Kinder gelten ähnlich wie schwangere, stillende, kranke und alte Menschen als die sogenannten Risikogruppen, wenn es zur Ernährung kommt. Und sicher muss man bei diesen Bevölkerungsgruppen auch besonders Acht geben, dass es wirklich richtig gemacht wird. Aber ich kenne ganz viele Familien, Vegetarier, Volio, aber auch Veganer, die sich gut auskennen, die geben ihren Kindern genau das, was sie selber essen. Und da gibt es überhaupt keine Probleme. Man muss da also nichts Besonderes beachten. Kritisch ist vielleicht das erste Lebensjahr, aber viele der Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, sind dann auf der Auffassung, dass es richtig ist, das Baby sechs Monate voll zu stillen. Und das ist eben der beste Start ins Leben. Und danach kann man dann mit Gemüsebreien, vielleicht auch etwas Getreide dazu, dann zusätzlich füttern. Das wird ja auch so empfohlen von der Forschungsanstalt für Kinderernährung in Dortmund, die sich auch gerade mit... Das wird ja auch so empfohlen von der Forschungsanstalt für Kinderernährung. Tja, wie soll man jetzt am besten anfangen? Die menschliche Blutbahn ist ein doofes Wort. Ader, Lebensader, Wasserader, das ist ein gutes Wort. Ja, mal zum Thema Wasserader, im menschlichen Körper. Ja, das Wasser, das Wasser überhaupt, ja, das Wasser baut sich bekanntermaßen ja seine Wasserwege selbst. Und ja, das macht es überall. Es gehorcht überall denselben Gesetzen. Ja, das Wort Gesetz ist ja nur ein von uns, um etwas zu verstehen, was gesetzt ist. Ob es nur von uns gesetzt wurde oder von jemand anderem, ja, der dieses Universum hier schuf. Das Universum, welches sich vor Milliarden von Jahren teilt von einem anderem, nächstgrößeren Universum, das sich genau wie eine Zelle geteilt hat. Und auch so teilen sich heute immer noch sozusagen alle Universen, die es gibt, in neue Universen. Stellt euch das ruhig wie Zellteilung vor. Was sind die wichtigsten Entgiftungssymptome? Ja, es geht immer wieder um Ernährung heute. Im Moment beschäftige ich mich einfach viel mit Ernährung, beziehungsweise bin viel am Entgiften. Und deswegen, weil es bei mir gerade ein aktuelles Thema ist, deswegen, man kann immer das am besten lernen, was man gerade selber erfährt. Und ich denke einfach, die fünf wichtigsten Symptome, woran man erkennt, wie stark man entgiftet, was Entgiftung, was Heilung ist und Krankheit und so weiter. Und wie das Ganze zusammenhängt, das hatte ich in anderen Videos nochmal beschrieben. Müsst ihr einfach mal drunter schauen, werde ich nochmal ein paar Links zu drunter stellen. Ja, aber es gibt nur Krankheit und Gesundheit. Und im Moment sind meiner Meinung nach alle Menschen krank, alle Zivilisationsmenschen sind krank. Und wenn man entgiftet, dann gehen die ganzen Giftstoffe eben aus dem Körper raus. Und je nachdem, wie stark man das macht, wie stark man seine Ernährung umstellt, wie viel Sport man macht, wie man seinen Geist schult, umso stärker werden Symptome auftreten. Und die Symptome wollte ich heute mal drauf eingehen. Und Arnold Ehre zum Beispiel, Symptom Nummer 1, beschreibt er als die Zunge, als Spiegel von Darm und Magen, wie die heute ausschauen. Und daran sieht man einfach, wenn man früh auf die Zunge schaut, sieht man, wie viel Gifte einfach der Körper im Moment ausscheidet. Und je nachdem, wie stark die Zunge belegt ist, oder auch wenn man die Zunge abschabt, es gibt auch so einen ayurvedischen Zungenschaber oder so, je nachdem, wie schnell die Gifte nachkommen, je nachdem, wie schnell die Zunge wieder belegt ist, umso mehr seid ihr gerade am Entgiften. Und daran kann man das einfach perfekt sehen. Und da kann man mal so vergleichen, wie stark das gerade ist im Moment. Und dann kann man auch schauen, ob man mal vielleicht langsamer machen sollte mit seiner Ernährungsumstellung oder mit dem Sport und so weiter. Und je nachdem, wie man sich eben fühlt. Und Indikator 2 merkt man beim Fasten zum Beispiel ganz stark, beim Fasten kann der Körper einfach alles reinigen, weil er nicht mehr mit Verdauen beschäftigt ist. Und wenn der Körper alles reinigt, oder sehr viel auf einmal reinigt, dann gehen die ganzen Gifte wieder ins Blut und werden eben über die Glutbörnern wieder aufgenommen teilweise. Und deswegen kann es einem beim Fasten eben auch schwindelig werden, wenn man aufsteht. Das kennt man auch, wenn man lange in der Sonne gesessen war oder so und dann schnell aufsteht und dann ist so ein bisschen schwindelig einem. Und das kann beim Fasten zum Beispiel immer stärker werden. Oder auch, wenn man einfach stark am Entgiften ist. Muss man nicht nur am Fasten sein, wenn man einfach seine Ernährung stark umgestellt hat, dann kann man einfach schnell Schwindel bekommen. Also das sind, denke ich mal, so die besten Indikatoren, wie stark man gerade am Entgiften ist. Nummer 1 ist die Zunge, Nummer 2 ist einfach Schwindelgefühl beim Aufstehen. Und ja, wenn das eben zu extrem wird, dann muss man eben langsamer machen, wenn einem schwarz verhoben wird beim Aufstehen dann oder so. Nummer 3, wo man dann einfach aufpassen sollte, ist, wenn das Weiße von den Augen gelb wird. Also Indikator 3, Symptome beim Entgiften, ist einfach die Augen, wenn sie gelb werden. Dann ist die Leber einfach überlastet und es kommen auch zu viel Gifte. Und je nachdem, wie stark gelb die Augen eben werden, also das kann dann schon mal stärker werden. Wenn sie nur ganz leicht gelb sind, braucht man sich da keine Gedanken machen. Aber wenn es zu stark wird, dann sollte man wirklich langsamer machen, Einläufe eventuell machen, um den Körper einfach ein bisschen zu unterstützen. Punkt Nummer 4 an Entgiftungssymptomen sind die Fingernägel. Wie stark die Fingernägel einfach durchblutet werden. Das ist dann auch das am Anfang so, wenn die Rohköstler am Anfang frieren im Winter, da ist die Entgiftung einfach zu stark. Der Körper wird nicht mehr so stark durchblutet, Hände, Füße sind einfach am weitesten weg, die Extremitäten, und die werden nicht mehr so stark durchblutet. Wenn das Fingernagelbett, Fingernagelbett, hier sieht man einfach, wenn es weiß ist, wenn es stark weiß ist, dann werden die Finger einfach nicht mehr gut durchblutet, dann friert man auch im Winter. Dann kann man selbst im Sommer sogar frieren, wenn man stark am Entgiften ist. Und ja, dann sollte man auch wieder langsam machen, den Körper vielleicht unterstützen, vielleicht auch Einläufe. Und wenn normalerweise ist das Fingernagelbett eher rot, rosa Farben, und wenn es eben gut durchblutet ist. Und umso weißer das wird, umso mehr ist man gerade am Entgiften. Da kann man immer ja selber individuell schauen, wie stark das variiert bei einem. Dann hat man auch einen guten Anhaltspunkt und auch wie man sich fühlt dann mit einem anderen Symptom. Punkt Nummer 5 an Entgiftungssymptomen sind einfach so allgemeine Sachen. Habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst. Alles ist eigentlich Entgiftung. Jede Krankheit ist Entgiftung. Alles. Alles ist Entgiftung. Dazu müsst ihr vielleicht nochmal ein anderes Video von mir anschauen. Verlinke ich auch nochmal drunter, was Krankheit überhaupt ist. Und ja, das können dann ganz banale Sachen sein. Übelkeit. Je nachdem, was man gerade entgiftet. Bei dem einen, der hat die Medikamente genommen, das geht alles dann wieder raus. Der Normalbürger hat halt zweimal was von. dem Sport, den er isst. Einmal, wenn man es isst, dann ist man schon müde und es geht einem schlecht. Wenn man Schweinshaxe isst, dann ist man danach total müde. Wenn ich Rohkost esse, dann bin ich danach nicht platt. Ich habe einen ganzen Tag Energie. Mein Energielevel geht nicht runter. Und wenn man was Schlechtes isst, dann geht es einem nach dem Essen schlecht. Und dann meistens lagert es der Körper beim normalen Menschen ein, weil er nicht die Energie hat, es gleich wieder zu entgiften. Und dann, wenn man es entgiftet, wenn man doch mal seine Ernährung umstellt, dann kommt das Ganze raus. Und dann hat man noch mal was davon. Und je nachdem, was man für Medikamente dann genommen hat, hat man eben die auftretenden Symptome. Je nachdem, wo man es dann entgiftet. Man kann es durchaus schwitzen, wenn man schwitzt. Normalerweise schwitzt man auch viel weniger, wenn man dann mal wirklich jahrelang entgiftet hat und jahrelang sich von Rohkost ernährt. Mono. Und ja, das sind so diese allgemeinen Symptome der Entgiftung. Kann alles sein. Schwitzen, Übelkeit, jede Krankheit ist Entgiftung. Und das wollte ich nur unter dem fünften Punkt mal so zusammenfassen. Die ersten vier Punkte sind mehr so. Da kann man auch ablesen, wie stark es gerade ist. Je nachdem, wie das variiert, die Durchblutung von den Fingernägeln, wie stark der Belag auf der Zunge immer wieder kommt. Da kann man genau messen, wie stark die Vergiftung ist vom Körper aktuell. Das kann man auch dann mit dem Fasten ganz gut feststellen, ganz schnell. Einfach mal einen Tag fasten. Und je nachdem, wie stark die Entgiftung gleich losgeht, sieht man dann, wie belastet der Körper noch ist. Wenn man zu belastet ist und schon, was weiß ich, 50 Jahre alt ist und 150 Kilo wiegt, dann kann es eben auch sein, dass man beim Fasten fährt dann ein Schiff vorbei. Brötchen, deswegen. Ja, wenn man schon 50 Jahre ist, sein Leben lang nur Mist gegessen hat, dann kann es auch sein, dass der Körper erstmal in den Schutzmodus geht, wenn man einen Tag lang fastet. Dass da erstmal gar keine Gifte rausgehen. Weil es viel zu extrem wäre, wenn der Körper jetzt anfangen würde, zu entgiften. Und weil er sich auch erstmal wundert, so, ich habe jetzt 50 Jahre lang nichts Gutes bekommen und konnte nicht entgiften. Wieso jetzt? Ja. Und ja, das waren die 5 wichtigsten Entgiftungssyndrome. Ich hoffe, die helfen euch weiter. Achtet mal drauf und daran kann man einfach ganz gut ablesen, wie das Ganze abläuft und an sich selber sehen. Bis Leute. Ich hoffe, 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 ich hoffe Untertitelung des ZDF, 2020